Guten Tag, mein Name ist Arthur Bassler, ich komme aus Salzburg und bin der Patentinhaber der CES Vision Biotechnologie. Diese Biotechnologie wurde von einem deutschen Arzt und einem österreichischen Physiker entwickelt und zur Patentreife geführt. Es existieren erteilte Patente in den Vereinigten Staaten und in Europa. Das ist sehr wichtig, denn durch diese erteilten Patente haben wir die technische und rechtliche Sicherheit für diese Produkte. Wir alle wissen, dass die modernen Technologien, die wir heute mehr oder weniger 24 Stunden am Tag benutzen, uns selbst und die Umwelt belasten. Durch den technischen Aufbau der CES Vision Biotechnologie, die übrigens keine externe Energiequellen benötigt, werden ultraschwache elektromagnetische Felder, der sogenannte Elektrosmog, absorbiert und in harmlose Wärme umgewandelt. Dadurch können uns diese biologisch relevanten Felder und Frequenzen von Handys, von Computern, von Starkstromleitungen und von Mobilfunkmasten nicht mehr schaden. Wo kann man die patentierte CES Vision Biotechnologie einsetzen? Viele Ärzte und Therapeuten verwenden die CES Vision Produkte vor allem bei ihren Behandlungen und als Unterstützung bei den Therapien. Vor allem bei den sogenannten Zivilisationskrankheiten wie Kopfschmerzen, Migräne, Schlafprobleme und Menstruationsbeschwerden erzielen wir sehr große Erfolge. Auch Heilpraktiker und Energetiker arbeiten mit den CES Vision Produkten. Vor allem beim gesunden Schlafen, beim gesunden Wohnen und als Schutz am Arbeitsplatz werden die CES Vision Produkte gerne eingesetzt. Ich leide an einer Verengung der Halsschlagader, der sogenannten Carotis und habe im Frühjahr die Diagnose von meinem Internisten bekommen, dass der Verschluss ca. 75% ist und er hat mir geraten, dass ich die Operation einleite. Wir hatten schon einen Operationstermin vereinbart und ich wollte aber meine Kenntnis, die ich von den CES Chips hatte, von meiner Masseurin Frau Lindbacher ausprobieren. Ich habe schon gute Erfahrungen gemacht in anderen Bereichen und habe ca. fünf Wochen vor dem Operationstermin diesen CES Chip auf die Halsschlagader mit einem Lycoplast geklebt, um auszutesten, ob es etwas bringt. Kurz vor der Operation hatte ich meinen Internisten noch einmal aufgesucht und der hat also total verwundert festgestellt, dass ca. fünf Prozent Verbesserung eingetreten sind. Wir haben daraufhin den Operationstermin abgesagt und einen weiteren Kontrolltermin von der Carotis in drei Monaten fixiert. Bei dieser zweiten Untersuchung sind weitere fünf Prozent Verbesserung festgestellt worden bzw. eine deutliche Durchflussgeschwindigkeit, die den Internisten total erstaunt haben. Die CES Vision Biotechnologie wird auch im Sport immer beliebter. Viele Amateur- und Profisportler verwenden unsere Produkte zur legalen Leistungssteigerung und zur besseren Regeneration. Aber auch bei Sportarten, wo es um Konzentration geht, werden unsere Produkte sehr gerne eingesetzt. Mittlerweile verwenden auch deutsche und österreichische Fußball-Bundesligaspieler erfolgreich die CES Vision Produkte. Durch meine Tätigkeit, Doppeltätigkeit auch bei SV Josco Reed in der Bundesliga sind wir natürlich auf den Gedanke gekommen, wie kann man das damit einbringen. Verletzungsmäßig, das heißt bei Verletzungen hat man dann wirklich gesehen, einfach eine relativ rasche Genesung hat jetzt als Unterstützung zu der Physiotherapie eigentlich die optimale Mischung und in der höchsten Spielklasse der Bundesliga ist es immer wieder so, da hast du nicht viel Zeit, da geht es immer wieder um Verträge, da geht es natürlich um Leistungen bringen und gerade bei so kleinen Blessuren ist es ganz, ganz wichtig. Wir haben das regelmäßig verwendet und benutzt, da haben wir schöne Erfolge gehabt, waren zweimal im Cup-Finale, einmal Cup-Sieger, also man sieht schon, dürfte auch einen gewissen Teil dazu beigetragen haben. Andere Kollegen von mir, wie ein Hesl Wolfgang, jetzt noch in der Deutschen Bundesliga, Rambo Ötzka in der Deutschen Bundesliga, lauter Torleute, bin ich noch in Kontakt, benutzen ebenfalls diese ZES Produkte und sind natürlich hellauf begeistert. Hohen Stellenwert haben unsere Produkte auch bei Ausdauersportlern, wie zum Beispiel Triathleten, Langstreckenläufern oder Radfahrern. Aber auch von unseren Tennisspielern und Golfern erhalten wir begeisterte Rückmeldungen. Ganz besonders stolz sind wir auf den Erfolg, den wir auf einem bekannten Tiergnadenhof in der Nähe von Salzburg erzielen konnten. Dort haben wir in Stallungen alten und kranken Tieren zu neuer Lebensfreude verholfen. Wir haben jetzt angefangen vor drei Monaten mit ZES und wir haben es versucht bei Pferden. Wir haben da ein paar ganz schlimme Problemfälle, zum Beispiel Pferde mit Elefantenfuß oder einfach Pferde, die herzkrank sind oder einfach nicht mehr gut drauf sind. Wir haben auch einen Stall komplett mit den Chips ausgestattet. Wir machen natürlich nicht nur ZES, also wir haben ganz viele Sachen, die da zusammenhelfen. Und wir sind uns aber sicher, dass das ZES da einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass es ihnen jetzt wieder viel besser geht. Wir haben mittlerweile schon total einen guten Erfolg, wo wir den Stall ausgestattet haben mit den Chips. Wir haben da, bevor wir das ZES reingemacht haben, Wurmproben genommen und danach wieder. Und man hat eine deutliche Besserung gesehen und dann gesehen, dass die Pferde viel weniger Würmer haben. Auch bei Hunden, Katzen und anderen Haustieren, egal wie groß sie sind, kann das allgemeine Wohlbefinden ihres Lieblings gesteigert werden. Die patentierte ZES Vision Biotechnologie kann von Kindern, Erwachsenen und Tieren bedenkenlos verwendet werden. Sie hat keine Nebenwirkungen und der Schutz ist dauerhaft. Eine Produktübersicht und weitere Informationen erhalten Sie von unseren ZES Vision Partnern oder im Internet. Schützen auch Sie sich vor schädlichen Umwelteinflüssen und finden dadurch ein besseres Lebensgefühl und ein neues Wohlbefinden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Amen.